Hallo, ich bin der Johannes. Eine Standardfrage, die ich gestellt bekomme, wenn ich Freunden oder Bekannten von Privatkrediten erzähle, ist, zahlt denn überhaupt irgendjemand etwas zurück? Was für einen Anreiz haben die überhaupt, was zurückzuzahlen? Und damit verbunden auch immer die Frage, wie viele Kredite sind denn überhaupt in Verzug? Zur Frage, warum sollten Kreditnehmer von Privatkrediten überhaupt irgendetwas zurückzahlen, kann ich nur sagen, Bondora existiert ja nicht. Zum Spaß. Die Anleger wollen ein Geschäft machen und genauso ist es natürlich auch mit Bondora selbst, mit der Plattform. Genauso hat man auch das Gefühl, dass es gehandhabt wird als ernstes Geschäft, was nicht einfach so im gesetzlosen Raum existiert, sondern was reguliert wird von der Financial Conduct Authority in Großbritannien. Und wenn man bei Bondora Geld leiht und nicht bezahlt, dann hat man genau den gleichen Prozess zu erwarten, wie bei einer normalen Bank. Erst kommen verschiedene Stufen von Mahnungen, dann der Gerichtsvollzieher, das Gerichtsverfahren. Es ist natürlich nicht so, dass Bondora jetzt sagt, naja, das ist ja nicht unser Geld, das ist uns egal. Ja, bei Bondora gibt es keine Rückkaufgarantie, aber man hat als Kreditvergeber die Möglichkeit, an den echten Zinsen zu partizipieren, die von dem Kreditnehmer verlangt werden. Und die sind gerade in Spanien oftmals höher als 100%. Seit 2009 ist Bondora am Markt und verleiht Geld und am 25. September dieses Jahres wurde die 100 Millionen Euro Marke geknackt. Die Anleger haben in dieser Zeit schon 16 Millionen Euro Zinsen verdient und natürlich lernt man als Plattform dazu, man sammelt Erfahrungen und lernt Risiken besser einzuschätzen. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass bei den Krediten im Verzug nicht gleichzeitig alles komplett verloren ist, sondern dass hier regelmäßig nachträglich noch Beiträge eintrudeln, aus Gründen, die so unterschiedlich sind wie die Menschen. Manche haben nicht genug auf einmal und überweisen dann selbstbestimmt mehrere Male pro Monat und wieder andere brauchen ein paar mehr Aufforderungen, bevor sie nach ein paar Monaten vielleicht tatsächlich doch nochmal was bezahlen, nachdem sie vielleicht gemerkt haben, dass man P2P-Kredite auch zurückzahlen muss. Genug der Einleitung zum Account und weil das Video einfach viel zu kurz wäre, wenn ich euch gleich die nackten Zahlen hinklatschen würde, habe ich euch auch gleichzeitig erklärt, wie ich denn auf diese Zahlen gekommen bin. Wir klicken auf Statistik und scrollen eine Weile runter, bis wir zu den überfälligen Tagen kommen. Hier gibt es zwei Grafiken. Es werden dir einmal die überfälligen Tage angezeigt und die Tage, seitdem die letzte Zahlung einging. Da ist jetzt die Frage, wie man für sich Verzug definiert bzw. für was man sich interessiert. Beide Kuchendiagramme sind aber sehr ähnlich. Der Unterschied ist jetzt hier 2% bei den laufenden Krediten. Ich nehme jetzt einfach mal die überfälligen Tage. Wenn wir mit der Maus hier rüber gehen, wird uns gezeigt, wie viel des Kapitals läuft, wie geplant und wie viel überfällig ist. Die Frage im Titel ist aber, wie viele Kredite sind denn in Verzug und auch darauf kann ich genau eingehen. Dazu müssen wir einfach hier auf dem Einstellungsrat etwas umstellen. Und zwar stellen wir das Ergebnis auf Stücke anstatt auf Wert. Hier bei Status können wir auch noch die verschiedenen Überfälligkeitszeiträume an- und abwählen. Und dabei fällt auf, dass hier auch die schon zurückgezahlten Kredite angezeigt werden und Abschreibungen, wenn es welche gibt. Jetzt in meinem Fall gibt es noch keine. Abschreibungen sind die Zahl der Kredite, von denen wir wahrscheinlich keinen Cent mehr sehen werden, weil alle Eintreibungsvorgänge fehlgeschlagen sind. Ich wähle hier nur die zurückgezahlten Kredite ab, weil mich nur die aktuelle Lage interessiert und später die Prozentzahl für die überfälligen Kredite kleiner wäre, wenn ich sie drin lasse. Und wenn wir jetzt mit der Maus über das Kuchendiagramm fahren, sehen wir, wie viele Kredite laufen und auch wie viele genau in Verzug sind. Wenn wir jetzt hier alle zwischen 1 und 180 Plus Tagen zusammenzählen, kommen wir auf eine Zahl von 503 von insgesamt 2.169 Krediten. Um auf die Zahl zu kommen, kann man entweder die Verzugszeiträume zusammenzählen, hat dann alle Kredite in Verzug und addiert anschließend noch die laufenden Kredite, um die Gesamtzahl herauszufinden. Oder wer es ein bisschen einfacher möchte, zieht von der Zahl der gesamten Kredite, die wir bei Investitionen ganz oben finden, die Zahl der laufenden Kredite ab. Das geht, weil auf der Seite der Investitionen tatsächlich nur die laufenden angezeigt werden. Schon zurückgezahlte, die ich in meiner modifizierten Grafik sowieso auch schon rausgenommen habe, müssen also nicht mehr extra berücksichtigt werden. Interessiert mich nun doch weniger die Anzahl, aber mehr, wie viel Prozent der Kredite genau in Verzug sind, finde ich das entweder durch eine Prozentrechnung heraus, oder ich rechne einfach 100 minus die Prozente der laufenden Kredite. Also in dem Fall bei 100 minus 76,7 kommt raus, dass 23,3 Prozent der Kredite in Verzug sind. Wenn ich versuche, alle Prozente der Kredite in Verzug zusammenzuzählen, werde ich enttäuscht, denn davon werden nicht alle angezeigt, auch nicht in der großen Ansicht. Will ich doch auch wissen, wie viel Prozent des Kapitals in Verzug ist, muss ich einfach die Ansicht wieder zurückstellen auf Wert und kann dann mit der Rechnung 100 minus aufgerundet 69 herausfinden, dass 31 Prozent des Kapitals gerade nicht planmäßig fließt. Also 23 Prozent der Kredite und 31 Prozent des Kapitals sind in Verzug. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, da braucht man schon ein bisschen Vertrauen in die Eintreibungskompetenzen von Bondora. Zurzeit ist es so, dass ich um die 70 Euro monatlich verdiene mit Bondora, die Verluste schon abgezogen, was auf eine jährliche Netto-Rendite von knapp 17 Prozent hinausläuft. Würden alle so zurückbezahlen, wie es eigentlich geplant ist, dann wäre die Rendite 34 Prozent. Also halbieren die Ausfälle meine jährliche Netto-Rendite von 34 auf 17 Prozent. Aber 17 Prozent ist natürlich immer noch ein Traum. Ich glaube, da kann keiner was dagegen sagen, vor allem wenn es weiter so läuft, was ja keiner richtig weiß. Was ich demnächst mal angehe, ist, dass ich mehr Aktien in mein Portfolio aufnehme, weil ich zurzeit sage und schreibe 68 Prozent des Kapitals in Privatkredite investiert habe. Dazu muss man aber sagen, dass das nochmal in über 2100 einzelne Kredite diversifiziert ist inzwischen. Ich habe jetzt nicht geplant, Geld von Bondora abzuziehen. Das ist so eine Maschine, die läuft inzwischen von selbst. Das wäre ein bisschen schade, sondern es werden einfach ein paar dividendenstarke Aktien dazugekauft. So, wenn euch das Video was gebracht hat für eure Investitionsentscheidung bei Bondora, egal ob dafür oder vielleicht auch dagegen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehrere Videos sehen wollt, wie ich so ruminvestiere, dann könnt ihr diesen Kanal gerne hier abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.